Steuervereinfachungen für Arbeitnehmer, Rentner und Pensionäre sollen kommen. Was ist dran? Eine einfache und effizientere Besteuerung zu schaffen, war das Ziel der Expertenkommissionen des Bundesfinanzministeriums. Doch wie sieht es bei den Renten aus? Wird die Rentensteuer jetzt endlich direkt von der Rente abgezogen? Mehr dazu erfahren Sie in diesem Video. Hallo zusammen, liebe Zuschauer. Ich bin Jutta Martin. Lassen Sie gerne ein Abo da und schauen Sie sich das Video bis zum Ende an. Im September 2023 hat das Bundesfinanzministerium zwei unabhängige Expertenkommissionen beauftragt, die konkrete Vorschläge für praxisnahe und politisch umsetzbare Lösungen für ein modernes und zukunftsfestes Steuerrecht erarbeiten sollten. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Beide Kommissionen haben ihre Berichte an den Bundesfinanzminister Christian Lindner übergeben, und zwar am 12. Juli 2024. Die Vorschläge betreffen Steuervereinfachungen für Arbeitnehmer, Rentner und Pensionäre, Freiberufler, Selbstständige und Gewerbetreibende. Die Abschlussberichte der Expertenkommissionen sind auf der Internetseite des Bundesministeriums für Finanzen veröffentlicht. Die Links zu beiden Abschlussberichten finden Sie unter diesem Video. Es ist viel Text. Bringen Sie Zeit mit zum Lesen, falls Sie mehr Informationen haben möchten. Ich gehe hier kurz auf die Vorschläge für Rentner und Pensionäre ein. Wege zu einer bürgerfreundlichen Einkommenssteuer zu finden, war das Ziel. Bei den Alterseinkünften gibt es eine Vielzahl verschiedener Zuflüsse aus unterschiedlichen Altersvorsorgewegen. Und nach geltender Rechtslage werden sie auch unterschiedlich besteuert. Es gibt also nicht nie Alterseinkünfte allgemein, sondern eine Vielzahl. Das muss natürlich bei möglichen Reformen berücksichtigt werden. Mit dem Alterseinkünftegesetz wurde ab dem Jahr 2005 auf die nachgelagerte Besteuerung umgestellt. Zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung besteht eine langfristige Übergangsregelung Nach der Änderung durch das Wachstumschancengesetz ist eine vollständige Besteuerung der Rentenbezüge ab dem Jahr 2058 vorgesehen. Die Besteuerung der Renten erfolgt durch die Abgabe einer Einkommenssteuererklärung. Grundsätzlich haben wir die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. Die gesetzliche Zahl Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrentenformen der betrieblichen Altersvorsorge sind zum Beispiel die Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds. Und private Altersvorsorge wird unabhängig von der gesetzlichen oder betrieblichen Altersvorsorge abgeschlossen. Das können zum Beispiel die Riester-Rente, Rürup-Rente oder eine private Rente sein. Und alle werden unterschiedlich besteuert. Bei der Pension handelt es sich wie bei der Rente um eine Altersvorsorge. Pensionen bekommen aber nur die Personen, die vorher in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis standen. Die Versorgung der Beamten ist allerdings nicht beitragsfinanziert. Es werden also keine Beiträge abgeführt. Die Pensionen werden in der Auszahlungsphase wie Einnahmen aus nicht selbstständiger Tätigkeit behandelt. Das bedeutet, dass ein Lohnsteuerabzug erfolgt. Dabei werden ein Werbungskostenpauschbetrag und der Versorgungsfreibetrag berücksichtigt. Bei den Pensionen erfolgt also vor der Auszahlung ein Einbehalt der Lohnsteuer. Bei den Renten ist das nicht der Fall. Sowohl bei Renten als auch bei Pensionen handelt es sich um Versorgungsbezüge, die wirtschaftlich gesehen der Gegenwert zur aktiven Beschäftigungszeit ist. In der Praxis steht bei vielen Rentnern eine große Unsicherheit hinsichtlich der Steuererklärungspflicht. Das Finanzamt fordert in der Regel erst verspätet die Steuererklärungen an. Oft führt das zu hohen Nachzahlungen und Verspätungszuschlägen. Irritierend ist auch für Rentner, dass sie oft zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind, auch wenn keine Steuerzahlungspflicht besteht. Das kommt vor, wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte oberhalb des Grundfreibetrags liegt, das zu versteuernder Einkommen aber nach Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung unterhalb des Grundfreibetrags liegt. Die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung kann sich auch erst im Laufe der Jahre ergeben, durch die Rentenerhöhungen oder auch durch den Tod des Ehepartners. Wer von sich aus nicht tätig wird, kann, um es mal ganz krass zu sagen, wegen Steuerhinterziehung strafrechtlich verfolgt werden. Darauf habe ich bereits in mehreren Videos hingewiesen. Immer häufiger müssen sich die Rentner bis ins hohe Alter mit der eigenen Steuererklärung beschäftigen. Eine denkbare Möglichkeit, das zu ändern, wäre der Übergang in die vorgelagerte Besteuerung der Renten. Dann wären die Renten vollständig steuerfrei. Dafür müssten aber Beiträge zur Rentenversicherung aus steuerpflichtigen Einkommen geleistet werden. Das bedeutet aber, dass der Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen entfällt. Neben dem Wegfall der Steuererklärungspflicht für viele Rentner hätte die vorgelagerte Besteuerung weitere Vorteile. So herrscht keine Unsicherheit über die Höhe der tatsächlichen Besteuerung in der Rentenphase, da Renten steuerfrei sind. Bei nachgelagerter Besteuerung besteht hingegen Unsicherheit bei der künftigen Steuerbelastung der Renten, da diese ja von künftigen Steuersatzänderungen bzw. auch dem eigenen Renteneinkommen abhängt. Das macht die nachgelagerte Besteuerung weniger attraktiv. Bis 2005 hatten wir ja die vorgelagerte Besteuerung. Aus Sicht der Expertenkommission scheint es aber schwierig, die vorgelagerte Besteuerung wieder einzuführen, weil es schon an den Pensionen scheitert. In der Erwerbsphase fließt für die Pensionen kein Geld in einen Topf, der für die Altersbezüge vorgesehen ist. Eine weitere Alternative für Rentner wäre die Einführung einer Rentenabzugssteuer auf Alterseinkünfte. Das wäre ja ein einfacheres Verfahren und würde Steuernachzahlungen vermeiden. Kurzfristig ist das allerdings nicht umsetzbar. Auch wären die Verwaltungskosten bei einem Steuerabzugsverfahren zu hoch laut Bundesregierung. Es gibt also mehrere Vorschläge für Rentner und Pensionäre. Auch über eine vollautomatisierte Veranlagung für Arbeitnehmer, Rentner und Pensionäre wurde beraten. Eine Entlastung für die Steuerpflichtigen und die Finanzverwaltung wäre dann erreicht, wenn vorhandene Daten und Informationen gar nicht mehr erklärt werden müssen und die Steuerpflichtigen von Amts wegen zur Einkommenssteuer veranlagt werden können. Eine erklärlose Amtsveranlagung ist generell erstrebenswert. Liebe Rentner, es ist also einiges in Vorbereitung in Sachen Vereinfachung. Was sind Ihre Vorschläge? Schreiben Sie es unten in die Kommentare. Für heute alles Gute, Ihre Jutta Martin